Hallo und willkommen bei IntuDance. Schön, dass du da bist. Tanze mit uns im Sitzen oder im Stehen. Achte darauf, dass um dich herum genug Platz zum Bewegen ist. Sei beim Tanzen Respekt und liebevoll mit dir selbst. Wenn du merkst, dass dir eine Bewegung nicht gut tut, verändere sie. Oder nimm die Geschwindigkeit heraus. Mach den Tanz zu deinem Tanz. Okay, und los geht's. Viel Spaß. Wir beginnen mit einer kleinen Erkundung unseres Atems, um von da aus ins Tanzen zu kommen. Wenn du sitzt, setze dich gerne etwas weiter vorne auf deinen Stuhl. Wenn du stehst, stelle deine Füße parallel. Komme mit deiner Aufmerksamkeit nach innen zu dir. Und wenn du magst, schließe deine Augen. Bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Beobachte ihn. Ohne etwas zu verändern. Ohne etwas zu beurteilen. Es ist dein Atem. Jeder Mensch atmet anders. Jeder Atem ist einzigartig. Wo fühlst du deinen Atem? Im Brustkorb? Vielleicht an den Seiten? Vielleicht am Rücken? Vielleicht auf deiner Vorderseite? Oder an deinen Schultern? Bewegt sich dein Bauch? Was bewegt sich noch durch deinen Atem? Für mich ist allein schon diese kleine Bewegung deines Atems eine Form von Tanz. Tanzende Atem. Nimm nun eine Hand und lege sie oben auf deinen Brustkorb. Atme zu deiner Hand hin und fühle, wie der Atem deine Hand bewegt. Dann nimm die Hand langsam weg und fühle, ob es eine Veränderung gibt. Wenn du bereit bist, wechsel die Seite. Nimm deine andere Hand, leg sie oben auf deinen Brustkorb und atme wieder in diese Hand. Fühle die Bewegung deines Atems. Nimm dann die Hand wieder weg. Fühle die Veränderung. Von da aus platziere beide Hände an deinen unteren Rippen. Und auch hier atme. Fühle die Bewegung. Dann löse langsam deine Hände und spüre nach. Nimm einen tiefen Atemzug. Fülle deinen Körper mit frischem Atem. Fühle die Bewegungen in deinem Torso. Sehr gut. Und dann öffne deine Augen. Und weiter geht's in den Tanz. Öffne deine Ohren. Nimm den Stimmungswechsel in der Musik wahr. Höre die neue Musik. Und lass deinen Körper durch die Musik langsam in Bewegung kommen. Fühle, wie dein Torso sich bewegt. Fülle die Bewegung mit Genuss. Deine Bewegung. Alles ist richtig. Okay, wir kommen zu den Schultern. Eine Schulter geht hoch und dann die andere im Wechsel. Eine Seite und andere Seite. Lass deine Schultern zum Beat tanzen. Und neben diesem Beat hörst du ja noch eine Melodie. Komm nun zu deinen Händen und lass deine Hände zu der Melodie tanzen. Wieder deine Bewegung. Deine Musikalität. Frei. Alles ist richtig. Bring Genuss in deine Hände. Deine Arme bewegen sich mit. Und dann nimm dein Torso und deine Schultern dazu. Tanze mal zum Beat. Und dann wieder zur Melodie. Oder zu beidem. Gleichzeitig. Fülle den Raum um dich herum mit deinem Tanz. Achtung. Und von hier aus. Ein Hand und ein Fuß. Öffnen. Öffnen. Schließen. Schließen. Nochmal. Öffnen. Öffnen. Schließen. Schließen. Und schneller. Auf. Auf. Zu. Zug. Zug. Auf. Auf. Zu. Zug. Auf. Auf. Zu. Zug. Und frei. Dein Tanz. Deine Bewegung. Bewege. Komm zum Beat. Beweg dich auf den Beat. Und zur Melodie. Und beides. Bringe Freude und Genuss in deine Bewegung und Achtung zusammen. Auf, auf, zu, zu langsam. Auf, auf, zu, zu. Noch einmal langsam. Auf, auf, zu, zu. Und schnell. Auf, auf, zu, zu. Auf, auf, zu, zu. Frei. Deine Bewegung. Alles ist richtig. Und dann nimm langsam den Wechsel der Musik wahr. Bewege dich weiterhin frei. Öffne deine Ohren und finde deine Bewegung zur neuen Musik. Wie bewegt sich dein Torso zu dieser Musik? Alles ist richtig. Sei wie ein Kind, das diese Musik neu entdeckt. Okay. Schultern. Was machen deine Schultern? Ellenbogen. Wo sind deine Ellenbogen? Musikalität. In den Händen. Bis in die Fingerspitzen. Und von da aus schicke deine Hände in den Urlaub. Lasse sie in den Raum. frei. Deine Bewegung. Alles ist richtig. Genieße die Musik. Genieße den Tanz. Wo im Raum ist gerade dein Daumen? Was macht dein Ellenbogen? Und deine Hüfte? Wo sind deine Schultern? Und dein Atem? Noch 10 Sekunden. Deine Bewegung. Dein Tanz im Raum. Und nun werde etwas kleiner in deiner Bewegung. Und kleiner. Und kleiner. Und kleiner. Aber behalte die Energie der Musik in dir. Fühle die Energie der Bewegung. Bewege dich ganz klein dazu. Doch du bist voller Energie. Und von da aus ganz langsam öffne dich. Komm wieder raus mit der Energie. Komm raus mit deiner Bewegung. Nimm den Raum ein. Werde größer. Werde offener. Weiter. Und tanze frei. Genieße deine einzigartigen Bewegungen. Und dann werde langsam kleiner und ruhiger in deinen Bewegungen. Fühle deinen Körper. Und fühle den Nachklang der Bewegung. Das kann wie ein Echo sein. Und wenn du merkst, dass du noch etwas Bewegung brauchst, dann lasse das Echo jetzt frei. Bewege dich nochmal sanft. Schenke dir deinen kleinen, kurzen, tänzerischen Nachklang. Deine Bewegung. Alles ist richtig. Komme dann mit dem Fokus zu deinem Atem. Nimm einen tiefen Atemzug. Und nehme die tänzerische Leichtigkeit mit in den Tag. Deine Bewegung.